Hi ihr Lieben, ich bin's wieder, Denise. Heute kommen wir zu einer schönen Übung, die ich euch erkläre. Das ist die Krehe oder Bakasana genannt. Das ist eine Gleichgewichtsübung für die Armbalance. Das ganze Gewicht wird auf den Armen abgestützt und auf den Handgelenken. Diese Übung aktiviert dein Vishuli Chakra, also dein Halschakra und dein Mulatara, also dein Wurzelschakra. Ich werde dir heute mehrere Varianten zeigen, um die Übung zu lernen und zu üben. Dazu benötigst du vielleicht einen Block, wenn du hast. Und dann legen wir doch einfach mal los. Stell deine Beine, deine Knie ruhig ein bisschen weiter auseinander. Streck die Arme ein bisschen länger nach vorne, damit du nämlich das Gewicht gleich nach vorne verlegen kannst. Dann versuchst du die Knie hier oben zwischen die Achseln zu bringen. Dann legst du deinen Kopf nach vorne, also mit dem Block ist das sehr, sehr hilfreich. Dann kannst du deinen Kopf hier vorne auf dem Block platzieren und dann einfach die Füße vom Boden zu heben. Dann versuchst du die Arme zu strecken und den Kopf zu heben. Das ist die erste Variante. Die zweite Variante, wenn du in die Babyknie gehst, dann platzierst du auch die Hände ziemlich weit vor dir. Dann versuchst du die Knie gegen deine Oberarme zu drücken. Jetzt drückst du die ganz leicht erstmal dagegen. Dann verlagerst du dein Gewicht nach vorne. Und dann löst du erstmal den einen Fuß, dann den nächsten, versuchst hier mal zu halten. Und dann versuchst du mal beide Füße gleichzeitig zu lösen. Deinen Blick fixierst du vorne, fixierst du einen festen Punkt, damit du das Gleichgewicht halten kannst. Das ist schon mal die Option, die du hast. Wenn du in die volle Position möchtest, Arme schön weit wieder nach vorne strecken, die Knie wieder schön in die Achse legen, das Gewicht nach vorne verlagern, Bauch spannen, Blick nach vorne, Fersen zum Popo ziehen, Arme strecken und langsam wieder lösen. Das war's. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Üben und wir sehen uns dann wieder in den nächsten Tagen. Tschüss!